Lewis Hamilton und George Russell, für mich einer der stärksten Fahrerpaarungen aktuell in der Formel 1. Vor einem Jahr hatte ich das ja schon mal in einem Video kundgetan, eure Reaktion damals war aber wirklich niederspetternd. Und deswegen gehe ich hier wirklich sogar nochmal ins Top Tier S und sage, die Fahrerpaarung Lewis Hamilton und George Russell, das Paket aus Speed, Erfahrung und unglaubliche Erfahrung bei Lewis Hamilton, erfolge aber natürlich auch dieses Talent von George Russell. Das ist für mich das beste Fahrerduo in der Formel 1 2022, deswegen Kategorie S. Das Video mit den meisten Dislikes je auf YouTube auf meinem Kanal und Leute, ich finde, auch ein Jahr später hatte ich doch nicht ganz so Unrecht, oder? Das liegt natürlich vor allem an George Russell, was für eine bärenstarke Saison der Junge fährt. Man hat vielleicht letztes Jahr noch ein bisschen gezweifelt, ob er da wirklich konstant so oben mitfahren kann. Aber Konstanz, das ist natürlich der Stichpunkt, immer in den Top 5 ins Ziel gekommen, wenn er ins Ziel gekommen ist. Es gab nur diesen einen Startcrash in Silverstone, wo er das nicht geschafft hat. Und das führt auch dazu, dass er jetzt in der WM wirklich einen guten Vorsprung auch vor Lewis Hamilton hat. Wer hätte das denn wirklich gedacht vor einem Jahr, dass er auch diesen Lewis Hamilton, diesen siebenmaligen Weltmeister, eigentlich ganz gut im Griff hat. Und das haben wir auch in meinem JF1 Power Ranking belohnt, wo er auch wirklich einen super dritten Platz inne hat. Und von daher würde ich sagen, George Russell, der gehört wirklich in eine Riege mit Verstappen, mit Charles Leclerc, vielleicht auch mit Lando Norris genannt. Denn er zeigt wirklich verdammt gute Leistungen und wird uns auch in den nächsten Jahren natürlich mit diesen Leistungen hoffentlich sehr, sehr viele schöne Momente in der Formel 1 bringen. Und da müssen wir natürlich auch über Lewis Hamilton sprechen, einer der größten Formel 1 Fahrer aller Zeiten, siebenmaliger Weltmeister. Natürlich hatte Lewis Hamilton einen etwas schwierigeren Saisonstart. Besonders er hatte wirklich mit dem Bouncing von Mercedes zu kämpfen und das hat man gerade am Anfang der Saison auch gesehen, wo er sich immer mal wieder schwer getan hat. Gerade im Qualifying beispielsweise in Jeddah oder auch in Imola keine gute Leistungen gezeigt hat. Und dementsprechend hatten wir das dann auch im Power Ranking ein Stück weit abgestraft. Aber so seit Rennen 5, seit Rennen 6 zeigt auch Lewis Hamilton eine bärenstarke Leistung. Und mittlerweile steht er ja dann auch im Power Ranking auf Platz 4. Und da würde ich sagen, für einen 37-Jährigen ist das wirklich keine schlechte Leistung. Ich glaube, in dem Alter können nicht mehr so viele Leute wirklich so etwas von sich behaupten. Und das Paket Russell und Hamilton, das sorgt auch dafür, dass das Mercedes-Team verdammt nah an Ferrari jetzt rangekommen ist. Nach 16 Rennen sind es nur noch 35 Punkte, die Ferrari und Mercedes trennen. Zum Vergleich beispielsweise, bereits nach 5 Rennen lag der Vorsprung von Ferrari auf Mercedes bei satten 62 Punkten. Und der Grund, dass natürlich Mercedes wieder so nah rangekommen ist an Ferrari, das liegt vor allem an der Professionalität im Team. Bei Mercedes, da gibt es keine groben Strategie-Patzor, bei Mercedes gibt es keine verpatzten Boxen-Stops. Bei Mercedes wird einfach geliefert mit dem Auto, was man halt zur Verfügung hat. Das hat am Anfang der Saison mit dem Bouncing natürlich noch nicht so gut funktioniert. Aber Stück für Stück arbeitet man sich wieder an die Spitze heran. Und ich habe ja auch prediktet, dass Mercedes noch mindestens einen Sieg dieses Jahr holen wird. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob sie Ferrari tatsächlich noch von Platz 2 stoßen können. Mercedes ist übrigens auch noch das einzige Team von den 2022er Teams, das es bisher geschafft hat, in jedem einzelnen Rennen mindestens einen Punkt zu holen. Selbst Red Bull und natürlich die Ferraris haben das nicht geschafft. Der Vater dieses Erfolges ist natürlich Toto Wolf. Nicht umsonst wurde Mercedes achtmal hintereinander Konstrukteurs-Weltmeister in der Formel 1. Das gab es so noch nie. Und natürlich, Toto Wolf hat da seinen großen Anteil als CEO dieses Teams. Deswegen haben auch beispielsweise der Kollege Alles Formel 1 und ich in unserem gemeinsamen Tierlist-Video Toto Wolf in die Kategorie S gesteckt. Als einer der besten Teammanager, nicht nur in der aktuellen Zeit, sondern natürlich auch generell in der Formel 1-Historie. Und dieser Toto Wolf, der kann natürlich jetzt nachts nicht ruhig schlafen, wenn sein Team nur auf Platz 3 ist. Auch Platz 2 wäre natürlich nicht für ihn genug. Nur Platz 1 zählt für das Mercedes-Team. Und da hat er sich natürlich auch mit George Russell und Lewis Hamilton sehr gut überlegt, welche zwei Fahrer er da in die Rennen schicken möchte. Das ist überhaupt tatsächlich erst die dritte Fahrerpaarung von Toto Wolf bei Mercedes, nachdem er 2014 das Ruder übernommen hat. Erst natürlich das legendäre Duo Rosberg und Hamilton, wo es natürlich dann aber auch immer mal wieder zu Zwist zwischen den beiden Fahrern kam. Dann nach Rosbergs sehr, sehr überraschendem Rücktritt 2016 hat er dann Valtteri Bottas als Fahrer in das Team geholt. Valtteri Bottas hat natürlich davor schon immer mal wieder mit sehr, sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam machen können. Konnte dann auch in der Mercedes-Zeit immer mal wieder Siege und tolle Pole Positions auch herausfahren. Trotzdem war das inoffiziell natürlich eher eine Nummer 2 Lösung bei Mercedes. Nachdem man mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton so viel Ärger hatte, war Toto Wolf glaube ich auch ganz froh, einen eher ruhigeren Kumpanen dann im Team neben Lewis Hamilton zu haben. Und Lewis Hamilton war ja damals auch in seiner absoluten Prime, hat da die WM-Titel 4, 5, 6, 7 klar gemacht in dieser Zeit. Und Valtteri Bottas musste dann einfach die zweite Geige spielen. Das hat ihm persönlich vielleicht nicht so gefallen, aber der Erfolg, der gibt ja Toto Wolf und Mercedes im Insgesamten recht. Aber, dass diese Beziehung Bottas und Mercedes irgendwann zerbröckeln würde, das war natürlich dann auch absehbar. Aber hier hat Toto Wolf vorgesorgt, nämlich mit George Russell bereits sehr, sehr früh einen Reservefahrer in das Williams-Team gesteckt, damit George Russell dort wirklich Erfahrung sammeln konnte. Drei Jahre konnte er bei Williams lernen und dann ist er jetzt wirklich ins Mercedes-Team aufgestiegen. Und hier kann man auch sagen, er ist damit kein junger Fahrer mehr, er ist schon recht erfahren dann gewesen. Und diese Konstanz, die zeigt er ja jetzt auch in der Formel 1. Von daher sieht man auch wieder hier bei Toto Wolf den Masterplan. Hier hat alles geklappt. Und mit Lewis Hamilton, da sieht man ja auch noch eine Harmonie zwischen George Russell und Lewis Hamilton. Aber, da muss man ganz ehrlich sagen, das kann auch noch anders kommen. Einen ersten Vorgeschmack bekommen haben wir bereits in Sandford, erinnert ihr euch noch, als Lewis Hamilton eigentlich vor George Russell gefahren ist. Sogar eine Siegschance hatte und dann kam nochmal das Safety Car raus. Man hat Lewis Hamilton auf alten Reifen gelassen, um vielleicht noch eine minimale Siegschance zu wahren, während George Russell natürlich dann die Softs bekommen hat. Lewis Hamilton wurde durchgereicht und war dann bitterböse am Funk. Hat sich dann später aber entschuldigt beim Team und auch vor der Presse. Er hat es nicht so gemeint und er gönnt es George Russell. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn Mercedes um Platz 2 kämpft, dann kann man natürlich erwarten, dass Lewis Hamilton hier auch einen Teamgeist zeigt. Aber wenn es hier tatsächlich um Platz 1 gehen würde und wenn vielleicht George Russell, so wie es ja aktuell auch in der WM-Wertung ist, tatsächlich sehr, sehr nahe an Lewis Hamilton herankommen kann oder ihn sogar überholen kann, dann würde ein Lewis Hamilton, falls er tatsächlich seinen achten WM-Titel in Gefahr sieht, ganz, ganz anders reagieren. Und dann wird Toto Wolf richtig schlaflose Nächte bekommen. Man hat also sozusagen gerade noch das Glück, dass man noch nicht um die WM kämpft. Aber spätestens 2023 ist das Ziel von Mercedes natürlich, wieder ganz vorne anzugreifen. Und wenn man dann um die WM fährt, dann sind interne Spannungen vorprogrammiert zwischen Hamilton und Russell, weil die beide auf einem extrem hohen Niveau natürlich fahren. Und wenn dann jeder Punkt zählt bei der WM, dann gibt es richtig Ärger, das wird Lewis Hamilton nicht schmecken. Und das muss Toto Wolf dann managen. Und ich hoffe für ihn, dass er es besser macht wie Mattia Binotto 2019 beispielsweise, als Vettel und Leclerc ja so eine ähnliche Situation hatten. Der junge Charles Leclerc, neu im Team, macht es gleich dem alteingesessenen und sehr, sehr erfahrenen Sebastian Vettel. Verdammt schwer im Ferrari. Das hat dem ganzen Team damals nicht gut getan im Kampf gegen Mercedes und gegen Lewis Hamilton in der WM 2019. Aber ich bin mir sicher, dass Toto Wolf das besser managen wird. Leute, jetzt seid ihr dran. Denkt ihr, dass Mercedes nächstes Jahr um die WM kämpfen kann? Und wer von den beiden Fahrern wird sich dann als der Stärkere herauskristallisieren? Ich freue mich auf eure Kommentare. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.